und damit herzlich willkommen zu Mario Party wir sehen hier ganz viele Marius, ganz viele Luichis, eine Peach ich bin auch eine Peach und irgendwo dort müsste auch der Würfel kommen ich habe eine Trial mit dabei ist der Patrick, hallo hallo was hast du gewürfelt? ah, auch eine Trial oh, Toff so bist du da, da bist du doch, hey so viele Menschen hier sind wirklich voll viele da, da stehst du, hi Mario Mario oh ne, das ist doch das sind ganz viele Zombies, Skelette wieso ist hier ein Enderman bei mir? hallo oh nein, das ist doof, das ist so doof ja, das ist echt blöd, weil ich am Anfang da ist ja immer total fertig oh, holy shit ah, ja oh Gott, das ist sehr schwer ähm, so und so und so und so ja nein, so nicht ich habe doch am Anfang immer spiegelverkehrt gebaut ja dann habe ich mich immer gefragt, warum funktioniert das nicht, ey doch alle blöd und so 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 eins, zwei so 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 oder so, glaube ich aber es muss einfach mal hier oder das zweite Reihe bis dahin äh so 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 müsste das sein glaube ich dann so richtig? hm genau und so ja so ist richtig gut ich habe auch ein knickel in der Optik oh Gott nein, jetzt nicht ganz schön schwer, oder? ja ähm und den Rest jetzt alles mit Dings ausfüllen dann sollte das passen hoffe ich mal also wir spielen den Mario Party immer noch auf dem gleichen Server aber wie Leiterkönig ich weiß gerade nicht wie der Name heißt, aber egal Hä? du bist sicher bei Teufel? Buh! ok zweites Bild interessant gut müsste die Farbe sein ich habe es immer noch falsch Mist ich kriege es auch nicht hin ah ist so schlimm ich weiß nicht was falsch ist keiner wird dich haten hä? muss ich hä? was ist jetzt falsch? was denn? was weiß ich? mir aber egal ne ich weiß wirklich nicht bei mir ist ich weiß überhaupt nicht was falsch ist warte bisschen Sandstein hier unten rein da ein bisschen Rest ist das hellblau? ich glaube ich habe es gespiegelt gemacht da habe ich nichts ja du musst das genau so machen wie es da hängt vor dir seitdem nicht da muss ich von unten stehen wenn ich ganz hinten stehe ist das unten ne? ja ja ich habe es genau andersrum gemacht das habe ich nämlich auch immer gemacht das hast du nicht boah der hat es schon geschafft alter Finn fuck ja 2. Bit fertig sehr schön es lebt so lange 1. Bit noch gar nicht fertig besser noch wie ich ganz am Anfang mal versucht habe dieses Mario Ding nachzubauen gut gold 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 nein ah der hat es auch geschafft ah Göttchen Göttchen ah shit ey Mensch ich war cut beim letzten na gut ich habe das erste noch nicht hingekriegt ach Mensch ähm fliegt bei dir auch gerade was vorbei nee Rasenmäher oh na könnt ihr auch fliegen oh nein 6 äh lass mich doch in Ruhe wir sehen uns am Ziel weißt Bescheid ne schaffe ich nicht hops da los los juhu ich bin hallo also du bist vorletzter mal vor ah bin ich ja bin ich auch Männer wie wird MCexpert geschrieben mit T ne MCexpert äh ne ja doch äh 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 welche Fahrer welche Fahrer welche Fahrer kommt schwarz oh schwarz da stehe ich doch schon drauf das ist doch praktisch hallo schon einer gestorben noch nicht grün müsste die Farbe sein sehr schön rot müsste das sein komm die Farbe nimmt halt als Vorteil gerne grün blau blau sehr schön blau bin ich schon aus nein 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 noch nicht noch nicht würd ich sagen äh blau äh alter ich stand auf der rechten Seite ich bin ja nicht mehr hingefallen was ich war auf dem Block drauf und bin trotzdem gefallen ganz zum Schluss ist das auch mega schnell ey ne ich war auf dem Block noch drauf oder anerkannte ein Optimist ist dritter die drei betteln sich jetzt noch äh und die Karte lädt gar nicht wow die sind nicht schlecht das ist bestimmt noch am einfachsten wo die alle nebeneinander sind mhm oh na gut juhu ich steh auf einem Schwarz ich bin immer noch Vorletzer oder? I don't know ich hab kein welches Feld bist du? äh 5 10 nein 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 6 schon wieder ne ich bin nicht mehr mit hä? geil Lust mehr du Penner nein ey hier mein Kumpane auf mein Feld hat das Spiel verlassen war ich denn so hässlich als Peach? ähm ich bin Platz keine Ahnung oh ich bin Platz 6 2 Felder nach vorne ja du wirst ein Feld zurückgesetzt äh 2 Felder zurückgesetzt ich bin das Feld 14 deins 12 NEIN nicht jump in one Frogger na ach scheisse ach scheiße das ist doch scheiße das ist wirklich blöd das größte kackspiel na los 5 4 3 2 wenn man es nicht zurückgeportet werden muss. So, schön, 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 alles klar, alles ganz langsam. Ja klar, ich bin schon fertig. Glaubst du denn? Ich kenne doch mein Gameplay. Fuck, ich fall immer mehr auf. Ja sicher. Wenn es nur zurückgeportet werden würde und nicht so behindert hängen bleiben würde. Hm, und wenn man sich mit diesen Blöcken mitbewegen würde. Nicht, dass man immer hinterher laufen muss. Naja, das ist ja noch nicht das Schwere. Ich finde das schwerer. Ja, also wäre es aber bei vorne. So, weißt du? So. Boah, ich war fast am Ende. Hm, ich laufe gerade immer hinter einem her. Nein! Oh, das ist so mies. So, das ist am Ende. Justless ist von Deutsch. Props an you. Das ist doch blöd hier. Bin ich schon an der zweiten Insel? Jaaa, nein, an der ersten. Was? Alter, ich war hinten. So, jetzt hier einfach mal ein bisschen Silvitor hier. Und unter my rage. Das ist doch gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, was mir das gerade gebracht hat, aber egal. Ah so. Das hat mich zum runterfallen gemacht. Sehr schön. Kann ja sein, dass manche sich einfach schneller bewegen. Hm. Und genau in dem Moment, wo man springt. Ja, wird denn um diese Jahreszeit schon grasen, also wirklich. Hä? Habt ihr schon gegrillt? Ja, ich springe manchmal auf einen Baumstamm und der ist einfach weg. Ja. Das ist doof. Habt ihr schon gegrillt? Ja, gerade. Cool. Warum? Keine Ahnung. Schon bestimmt sechsmal. Ne, als Community-Frage. Ah! Ach so. Wer schon gegrillt hat. Könnt ihr ja alle gerne reinschreiben. Und wer ja schon Rasen gemütet hat. Aber das würde mich auch brennend interessieren. Ja. Dann muss ich nicht abonnieren und das dir reinschreiben. Haha. Haha. Ne, du musst das jetzt nicht mehr machen. Ich weiß es ja schon von. Mist. Ich komm nicht weiter. Du wie ich sie auch nicht. Ne, ne, ne. Bin überhaupt nicht komisch. Ich war immer ein Baumstamm davor oder dann so vom letzten Baumstamm ein Stück daneben gesprungen. Ich werde runter. Ich werde weg. Welches Feld? Feld, 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 Feld. 12. 14. 12. 1. Du shatterst zu schnell. Okay, ja. Also wirklich. Echt? Oh, guck mal. Deomaru hat 666 gewiffelt. MceExpert.de hat 10.000. Oh, ich bin, oh. 17. Ich bin Platz 5. Ich bin Platz 5. Boah, ich könnte es schaffen. Wie? Hier. Pferderennen. Yeah. Warte, das, was steht bei dir in der Experience-Leiste? Ah. Äh. Ja, bei mir stand viel. Verstand ich nicht, was halt das zu bedeuten hat. Ah, gut. Jetzt lädt wenigstens die Karte. Jetzt sehe ich die auch. Das sind hier auch. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Kopf. Alter, ich sehe... Ja, das ist... Oh, du musst F5. Oh, das geht ja super gut damit. Mit was? F5. F5. Yo. Dann fährt man sofort schnell runter. Hä? Du musst zweimal F5 drücken, dann ist das einfach. Ey, einmal F5, wenn du von hinten guckst, auf den Hinterkopf. Nein, zweimal ist viel einfacher. Wieso? Was kommt denn? Von vorne. Boah, ich bin dritter. Ich bin zweiter. Oh, shit. Ich bin zweiter. Ich bin zweiter. Ich bin zweiter. Das ist die Wayne Boy Road hier aus Mario Kart. Nein! Ich hab gedacht, da geht's lang. Shit. Ich bin zweiter. Ich bin zweiter noch stoppt. Ach, sei ruhig. Ich bin letzter. Fuck. Ich bin untergefallen. Ja, wie geil. Dieses 3 Sekunden Warten ist einfach so cool. Nein. Das ist einfach nur so kacke, dieses 3 Sekunden Warten. Das wäre cool, wenn hätten sie das mit meinen Cars gemacht. Hätten sie das ohne erst 3 Sekunden Warten gemacht. Ja, das wäre auch besser. Jo, spring runter. Oh, schon nicht mehr geschafft. Oh, ich stehe ganz alleine auf dem Feld. Oh man, zieht das weg. Welchem Feld bist du jetzt? Ja. Äh, 18. Ach, Menno. Ach, oh Gott. Ich bin... Oh, 6 gewürfelt. Oh, ich hab einfach... 6 gewürfelt. Mist. 6, ja. Sehr schön. Boah, das war so mies. Ist ein bisschen da vorne. Hm. Wenn, wenn das ohne den... Ohne diese 3 Sekunden Outtime wäre, wär's... Mhm. Weil ich war... Erster. Yep. Ich bin jetzt Platz 8. Ich bin auch Filz... 21. Du? 19. Und ich bin Zehnter. Juh, Doodle Jump. Das ist so toll. Platsch, 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 platsch. Geht das mit der 5 Uhr besser? Nee, ne? Ja, will ich bezweifeln. Ja, los. 3, 2, 1, los. Achso, ich muss erst noch springen. Jopp. 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 Das ist doch gemein. Alter, weil ich immer gegen so ein Ding springe, wenn ich... Ja, ich bin eben die ganze Zeit hängen geblieben und kam da nicht weg, weil es so ein kleiner Abstand war und das war dann so übel schnell. Okay, so. Aber krass. Nein, der darf es nicht schaffen. MC-Expert schafft es nicht. Sehr schön, ja. Nein, nein, nein. Ich komme wieder runter, ne? Ja, okay, komm wieder runter. Nein! Patrick hat gewonnen. Das erste Mal. Cool, dann müsstest du jetzt drei Würfel haben, glaube ich. Was? Ich bin Platz 21 als Einziger. Back and forth. Jetzt wird gesaugt, wie geil. Fünf. Sehr schön. Zwei. Ich habe einen Würfel. Nur einen? Und du müsstest sofort danach vielleicht noch einen. Vier? Ja, sofort. Und Goldwürfel, vier bis sechs. Nochmal würfeln. Ich darf zweimal würfeln. Okay, zweimal noch. 25 Felder bis zum Ziel noch. Ich bin Sechster. Bonus Felder. Zwei Felder nach vorne. Wem hat den Wirt gegeben, ne? Ich bin Felder 30. Du? Felder 20. Oh, na. 24. Nicht wieder der Scheiß. Och nee. Haben wir rein. Der große Scheiß. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wenn gelb ist, schon los. Nein. Ich habe das hier in der Fahrschule gelernt. Nicht anhalten. Wieso sind die alle schneller als ich? Ach, shit. Ritter. Wenn der erste gewinnt, werden die... Ach so. Ja, ja. Okay, okay, okay. Kurze. Alter. Tschüssi. Oh. Ich habe schon wieder geschlagen in die Luft. 5. Ja, du wiederholst dich. Ja, ich weiß, ich hatte eben auch eine 5. 1, 4 und 1. Oh. Bronze Würfel. 1 bis 3. Ach, es ist... Hä? Man hat doch sonst normal immer den... Ach so. Das heißt, je nach Platz, was man hat, ein spezieller Würfel. Wirklich? Gut. Ja, ich konnte jetzt nur, weil ich Dritter war, einen Bronze Würfel. Drei Felder zurückgestuft. Geil, da hat mir der erste, zweite Würfel nichts gebracht. Yay, Browser. Mienfeld. Top. Och, nee. Nach ganz links gehen. Guck mal, hier sind noch überhaupt keine Minen. Und flop, 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 flop. Ist aber auch cool gemacht. Nach links, nach links. Dir scheint es gut auszusehen. Noch? Nee, immer noch. Patsch. Die ersten springen sich schon in die Luft. Die springen mich auch in die Luft. Wir haben ja Zeit. Wir gehen ganz langsam vor. Ganz langs. Ganz ruhig bleiben. Es ist nur ein Spiel. Ein verficktes Spiel. Ey, 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 ey. Du warst, wollen wir aber jetzt nicht hören. Okay, okay, okay. Ein Kackspiel. Ein Kackspiel, Monus. Ich spiel doch gar keinen Pup. Das ist auch schon ein bisschen arschig. Oh, 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 oh. So, jetzt einfach hier mit Schmackels-Proba. Ey, das war geil. Ich bin im Wasser. Na, Mitte ist das relativ. Spawnt man wieder im Wasser dann. Weißt du was? ich hab's noch nicht geschafft ist im wasser leider gottes stand so alt haben ein sport ganz hinten wieder ja ich bin auf der brücke ja du bist nicht mehr auf der brücke doch bin ich auch wieder auf der brücke ich bin wieder im wasser bono hier gibt es echt keinen weg kann ich einfach durchlaufen muss schon irgendwann muss man kriegen ist aber auch gut gemacht ja okay die haben gewonnen ja ist doch toll ganz toll ja super ich bin feld 31 jetzt hallo felix plate hallo zu und minecraft und duplau 6 4 so toll geschrieben ja ja so nach 15 feld bis zum ziel ich bin zweiter 19 feld bis zum ziel was 90 ich bin vierter ja nein ja nein ja musikspiel ja nein ja nein felix place du bist tot würde ich mal behaupten und ich bin genauso tot boah ich auch hab aber noch einen mit dem tod so rein minecraft komm wir sind ein team es wird auch noch gesaugt es kann ja auch nicht lauter sein ja ja ne nein alter ich bin so schlecht mit dem fall wenn einer direkt vor mir steht schließt ich trotzdem daneben zwei kills schon boah das hat so keinen zweck hat der kuss wieder am saug hehehe alter du hör auf mich zum schlagen nehm mal ich meine faust am milch stärker mit boah das war knapp das war gerade ich hab einen MC-expert fast ge- äh gett Nein! Hab ich... Du hast das nicht. Ach Mist. Mh... Hab ich mir auch grad so gedacht. Ist da MC-Dingsbums da, Alter, zieht übel. Es hat einfach keinen Zweck. Ich bin die ganze Zeit Spotty-Killt! Nein! Oh! Nein! Du killst mich! Alter, das ist wirklich was. Alter, es ist immer voll knapp, dass ich nicht auf Hauptmenü klicke. Feld 3719. Feld 33. Ich bin mit Jesus im Feld. Nee. Use-less. 6-2-3. Ich komm langsam an dich ran. Hm... Nicht. Es war... Es ist doof.